Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft auf meinem Channel und mal wieder dabei der liebe Jan-Luka hier guckt irgendwo ins Nirgendwo, da ist er. Hallo, ich bin Jan-Luka. Ja, und da unten sieht man mal meine super schöne Festung. Ich habe auch einen Kanal. Was ist? Ich habe auch einen Kanal. Tja, den werde ich aber niemals erwähnen. Oh, es ist dunkel. Also für alle, die ihn trotzdem hören wollen. Tja. Ja, hi. Jetzt kommt. Oh, du bist so laut. Ja, gut. Ihr habt alle gehört, wie ich heiße, oder? Ja. Gut. Und jetzt bist du schön leise. Oh nein. Jetzt wieder lauter? Ja. Gut. Ich gehe jetzt mal nach hinten. und mache mal, wie heißt es, einen, ich baue einen Bauernruf. Ah. Ja, ich muss noch warten, bis wieder Tag ist. Oder wollen wir erst schlafen gehen, oder bist du schon unterwegs? Nee, können wir gerne machen. Dann gehen wir jetzt nämlich mal eine Runde schlafen. Warte, ich mache mir nur noch kurz einen Bogen. Wird's bald? Ja, ich bin auf dem Weg zu meinem Bett hoch, was so mega geil aussieht. Habt ihr alle gesehen? Ja, hat man. Ich find einfach dieses, ähm, Holz geht doch um mein Bett rum find ich, ist irgendwie cool. Nee. Sollte ich im echten Leben auch haben. Nee. Also ein Hochbett, wenn du das hast. So, so egal. Yeah, hier sind überall Zombies. holz 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 ich baue mir am besten nicht hier ab boah wie geil ich habe eine glasflasche okay glowstone staub habe ich bekommen und verrottetes fleisch von einer hexe schi schi und der server packt schon wieder rum bis zum geht nicht mehr warum weiß ich nicht ich baue hier die ganze zeit dreimal gleich einen klotz ab viermal bei mir geht es auch nicht nein dann legt es einmal im internet jetzt geht es auch wieder hier keine ahnung mal wieder irgend so ein blödes problem man weiß nicht man weiß nicht wo man es liegt ja das weiß man auch nicht und du bist wieder voll laut ich bin nur mal eigentlich geht es besser jetzt ja wo das ist wie auf einer normalen Schnauze stärken hier sag mal irgendwas stimmt hier gerade nicht ich brauche hier 500 Millionen Mann gleich den Platz ab und danach sammle ich niemand mehr den Platz ein wir machen verschiedene Bauernhöfe sag ich jetzt mal so wir machen einen mit nur Hühnern und ich war natürlich so schlau und habe mir kein Tor geholt womit ich die dann einsperren könnte tja dann baust doch da sag mal das regt mich aber echt gerade auf jetzt geht es wieder oder was jetzt wenn ich mich darüber aufrege dann geht es wieder ist das nicht immer so Dankeschön es ist immer eine Freude für mich dabei zu sein ja ich weiß deswegen lass ich dich ja dabei sonst hast du ja gar keine Freunde ja ich mein ich bin ja eh einer der nie Freunde findet eigentlich ne also echt das ist bei ihm ist es nicht sehr schwierig ja und du bist so der Typ der die jedem eine Chance gibt einen Freund zu finden ja ja es ist großzügig von dir ja muss sein irgendeiner muss das ja übernehmen ja irgendeiner muss mit allem befreundet sein irgendeiner dann passt das schon such hier sag mal also das rumlecken habe ich den Server auch noch nie gesehen ich baue hier aber erstmal ein bisschen Holz auf diesem auf dieser Halbinsel hier ab ok ich habe jetzt ein Gehege gebaut ja ja wohnen komm mit ok diese Stimme sollte dich auch dringend unterlassen wäre relativ positiv würd ich sagen wo ich habe ich habe den Sünden ganz viel Freiraum gelassen damit sie total wohn sein können ich schaue mir das hallo ich schaue mir das gleich mal an wenn das hier nicht so rumbacken würde dann dann würde ich auch viel schneller da sein ja ich checke es gerade auch nicht es liegt dann wahrscheinlich am Server und nicht am einzelnen Internet Holz 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 ist verschwunden oder ich habe es eingesammelt unbewusst hallo kleines Hühnchen komm mit du Miststück ey was bist du denn für ein Kackhuhn Junge beleidige dieses arme Hühnchen nicht es hat dir nichts getan doch es folgt mir nicht soll ich dich jetzt töten ich würde am liebsten jetzt so gegen diese Bäume hier rennen und damit die umfallen aber das geht ja nicht so das muss weg das muss weg das muss weg das ist auch weg ha jetzt bist du eingesperrt alter oh ja Vermehrung oh ja Vermehrung oh ja das machst du ja gerne ich gönne gerne ich gönne gerne jedem Huhn sein Hühnchen geht das so? kann man das so sagen? keine ahnung ich kämme mich mit Hühnern nicht aus ich auch das ist mir das nicht so wo sind die nächsten Hühner? da wo du nicht bist ich hab wohl drei Eier noch ja ich hab drei Eier hm wo bist denn hin? bist du nach rechts oder nach links gelaufen wenn man aus deiner Tür rauskommt? wenn du aus meiner Tür rauskommst über die Schlucht nach weiter nach weiter? also über die Schlucht links also nicht über die Schlucht links nur über diese Schlucht und dann geradeaus wenn du da bist alles klar rechts am See vorbei ja 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 und dann? einfach geradeaus einfach geradeaus ja irgendwann siehst du mich schon also wenn ich einfach geradeaus lauft dann laufe ich hier in Richtung See ja in Richtung in Richtung und wenn du am Ufer bist kommst du mal nach rechts gelaufen alles klar jetzt siehst du mich doch ne? ja ach da hinten baust du ok also hier hinten ist Hühner, Bauernhof, Farm, Haus wie jemand es nennen will hier ist auf jeden Fall die Hühner-Zucht das bewegt sich nicht mehr ja nein das ist zu schlecht um hier raufzukommen wo bist denn du? bin fast da du brauchst den Weg da drüber ah das ist gut ja ich bin der einzige der hier mitbänkt dankeschön tja im Gegensatz zu dir oh der sieht ja auch nicht schlecht aus mit diesem Sumpfgebiet ja also früher sahen die Sumpfgebiete immer komisch aus kannst du mal das Huhn hier rüberschubsen? danke sie sehen ja die Hühner hier aus, das ist ja schlimm guck mal wir haben schon hier ne kleine Hühnerfamilie hm hier nimm mal das ah jetzt komm Ack komm schon komm her jetzt komm her komm her komm her jetzt stehst du da oben ah jetzt ist ja und wie kommen wir hier wieder heraus? ich komm hier hin und du kannst hier von da auf den Zaun her springen da kommt die auch aus den Hühner nicht wenn wir das noch verbessern Kurs hatten und von 1 1 1 1 gelegt aber auch zwei kleine Hühnchen die habe ich eingesetzt über die Baukarte dann haben wir es ein bisschen ordentlich hier um würdest du mal wie heißt wenn du es mir sagst kann ich es gerne machen einen Umriss von einem kleinen Haus bauen mit was? mit Holz so ein schönes schniekes Bauernhäuschen könnte ich theoretisch machen ja ich muss ja erst mal ganz kurz die ganzen was ist denn jetzt los ich muss erst mal die ganzen die ganzen die ganzen die ganzen Samen was ist das hier eigentlich diese Dinger die immer auf dem Wasser schwimmen Seerosen Lillipitz ich kenne sie auf Englisch glaube ich oder so ne Seerosen ach die Dinger da einsammeln du weißt was ich meine oh der hat ein Ei gelegt musst du mal aufpassen mehr sollen wir das Wasser hier lassen dann haben die so ein bisschen Badespaß ja und noch ein Ei bin unterwegs ich komme da noch nicht mal rein ja hier hinten ist ein Tor da und jetzt vergeude ich hier mein wertvolles Holz oder was? nein ich habe auch noch um ich habe noch braunes äh schwarzes Holz und auch noch vier helles 1 2 3 4 5 1 2 3 warte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 4 warte 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 pack hier sollten Türen hin ähm wie sehen die Türen aus? nicht schlecht kann es sein es irgendwo brennt weiß nicht warte mal lass mal ähm baust du mal nach oben noch so ein schönes Holzdach hin mit Sleitern oder äh ne ich mach hier ich mach mit dem Holz was ich hab mhm ich hab ja natürlich auch doch ich hab einen Bogen dabei ok ja wir können uns erstmal hier ein und ich hab ich hab auch noch was sind das für die Blätter Seerosenblatt war doch richtig und ich hab Mohn dabei aber Mohn brauche ich nicht komm wir verstecken uns jetzt erst hier drinnen wir verstecken uns jetzt erst hier drinnen ja mach mal hier mach mal ordentlich den Boden rein hier mit dem Holz auch oder wie? ja hab ich ne Schaufel? ja hab ich ok ich bin so blind und zieh die Schaufel nicht das wird bestimmt auch ein toller Folgenname was? das hier hier vor uns oder was denkst du was für der Folgenname? unser kleines Bauernhaus oh hier ist auch noch ein Hühnchen das badet da ich weiß hab ich ihn schon gesehen schmeiß mir grad noch mal ein paar Leitern hoch äh von den von den ähm von den Holzdingern da nicht von den genau von denen egal ich bin unten ey du hast eingesammelt danke oh man kann ja nicht hoch springen ich bin dann gleich gleich ich bin dann ich bin da komm ich bin da ich bin da